Moin Leute, Trimax hier. Endlich geht es ins neue Rust-Projekt. 40 Streamer am Start, Rust ultra geil, Survival-Game, Base bauen, es bilden sich Teams, Allianzen, die kämpfen gegeneinander, ziehen in Krieg, auf Pferden, mit einer Flinte, Bogen. Ihr kennt Rust. Unfassbar geil, ihr habt euch so gewünscht, dass es wiederkommt wie letztes Jahr. Der Romart hat das Ganze aufgesetzt, wir sind jetzt alle am Start und jetzt geht's los. Ich hab nur noch 47 Leben, bin aber jetzt hier schon beim Leuchtturm, wo es diesen Power-Loot gibt. Ich muss jetzt ganz schnell den Leuchtturm looten, bevor die anderen kommen. Oh, hab ich Bock. Aber wenn ich die jetzt aus der Hand lege, dann ist es wieder dunkel, ne? Egal. Ich weiß nicht, wer hier eben war. War wahrscheinlich ein neuer Spieler, der kannte den Leuchtturm, nicht? Hier geht's nämlich hoch und da oben ist der geile Loot. Achso, wir müssen zum Außen hochkommen mit der Leiter. Du musst die Leiter zum Hochkommen. Bin ich blind? Gehe ich hier nochmal hoch? Ach hier, stimmt, so war das. Hier hoch, genau, zack. Ach, der hätte hier sogar lang kommen müssen, wo ich war. Das ist sehr gefährlich. Wenn man hier runterfällt und sich irgendwie den Fuß bricht oder das Bein, dann ist man eigentlich tot. Und dafür gibt's hier oben geilen Loot. Hier ist das Verscrappungs-Ding. Hä? Oh Gott, hier stehe ich, okay. Hier ist die Leiter. Hä, wie langsam? Wasser, oh, Bären-Essig, die Erektid. Und noch mehr Wasser, geil. Was haben wir hier? Geil, yeah. Und weiter nach oben. Das ist ein richtig guter Start. Also direkt zu Beginn den Leuchtturm looten ist der Wahnsinn. Hier auch noch weiter? Ne, da ist Schluss. Okay, jetzt muss ich hier außen lang. Genau, hier war das. Wenn ich halt runterfalle, ist alles wieder weg. Hallo, kann mich jemand hören? Ja, klar. Was machst du hier? Sachen recyceln. Und Sie? Was tun Sie hier nun? Ich wohne hier oben. Aber warum? High Ground. Hast du eine Waffe? Ja. Welche Waffe hast du? Sag ich nicht. Du hast keine Waffe. Doch, ich schwöre sogar. Ich komme gleich runter und töte dich, okay? Wollen wir runter springen, Leute? Ich bin ein kleiner Kobold und will nur Frieden. Bist du noch unten? Nein. Ich komme jetzt zu dir. Bist du der Kobold mit der Panflöte? Ich bin der kleine Kobold und will nur Liebe. Ich brauche dringend was zu essen. Hallo. Hallo. Ich habe auch einen Speer übrigens. Smart. Wie heißt du? Philo. Wo hast du so schnell eine Panflöte her? Du lässt mich ja mit der Achse in Frieden, oder? Ja. Abstand. Halte Abstand, oder wir haben wirklich ein großes Problem. Ich mache nichts. Ich wusste nicht, dass du Philo bist. Okay. Dann sind wir lieb zueinander, okay? Korrekt. Okay, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Briefkasten, Tank. Metal Blade ist zwar stark, aber ich brauche erstmal Scrap am Anfang. Schießkasten. Splitter. Dose. Brauche ich am Anfang alles erstmal nicht. Vielleicht mache ich am Anfang sogar noch die Solaranlage kaputt und recycle das. Okay. Jetzt habe ich meine Stuff recycelt. Das ist stark. Wir müssen halt vor Bären und so'n Scheiß aufpassen. Ist ja aber mein Stein eigentlich, oder? Oder? Ist dein Stein, ja. Ich farm dir den fertig, weil ich habe schon eine Farmachse. Ah, du würdest dann mit dem Stein auch droppen quasi. Genau. Okay. Gut, oder? 48. Ja, ich habe auch 48. Also der Stein hat quasi nur 48 Steine ausgespuckt. Wie viele Steine hast du gefarmt? Was hast du dann in der Hand? 170. Magst du was zu trinken haben von mir? Hätt super gern was zu trinken. Nimm du das hier bitte als Gastgeschenk. Farmflöte. Das war recht gut, oder? Darf ich die behalten? Können wir nur einen Ton spielen. Oh, hier ist das Schneegebiet. Hier beginnt natürlich das geile, seltene Metall. Das kann man nie genug haben. Ich muss das mit meinem Team aufschließen. Ich muss mein Team finden und ich muss ins Team reingehen. Weißt du, wie das geht? Umatra, Sebo, Nebel, Nick, Reapers. Wir sind wahrscheinlich vom Skill her das schlechteste Team. Aber weißt du was? Dafür sind wir cool. Das sind alle Töne, die ich habe. Hey, du lässt mich ja, oder? Ich lasse dich, ja klar. Du bist voll equippt. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Guck mal, die schießen schon. Wo ist dein Team? Sicher? Meins auch. Mein Team ist super equippt. Wenn die kommen, dann müssen sich die anderen in Acht nehmen. Oh, da ist ein Bär. Wollen wir gegen den Camp? Nein, nein, oh Gott. Tschüss. Hier hat jemand einen Song reingeschrieben. Smart. Wo ist mein Team? You are here. Nebel, Nick, Sebo. Reapers, Romatra, vor mir. Wenn mich andere töten wollen, dann flöte ich den einfach so ein. Und dann töten sie mich nicht. Niemand kann ihn töten, wenn My Heart Will Go On läuft von Titanic. Wer tötet denn bei der Mucke? Den lerne ich einfach auswendig. Damit tötet mich keiner. Wenn ich jetzt instant, wenn ich instant so einen Song kann, niemand tötet die Flöte. Das heißt, in jedem, in jedem Game. Ich muss den Song auswendig lernen. Wenn ich den kann, dann kann ich erstmal alle beeindrucken. Damit rechnet keiner. Tri-Max im Early Game mit einer Pant-Flöte mit My Heart Will Go On. Mushroom, die sehen irgendwie giftig aus. Ich habe schon mehr auf die Swartler so Rust-mäßig reingezogen. Die hätten alle im Early eine Pant-Flöte mit einem niceen Song. Hey, da seid ihr. Ich verfolge euch die ganze Zeit. Ihr rennt die ganze Zeit weg. Was geht? Jo, warte, die Richtung. Pass mal auf, neben uns sind zwei Wölfe. Oh ja. Wo ist Reapers? Lass uns ein ganzes Team treffen. Wildschwein. Scheiße, was ist denn hier alles? Ist das irgendwie die Hardcore-Zone? Oh nein. Hallo, wir leben hier. Philo, geil. Philo lebt. Ey, ne, lass mal Philo. Wer? Philo hat mich gerettet. Alter, was hast du... Wie siehst du denn aus? Was hast du denn da in der Hand? Wie sehe ich aus? Spiel mal. Ja, du siehst witzig aus mit dieser Flöte. Spiel mal was. Ich probiere mal was, okay? Okay. Passwort steht im Discord. In unserem Team-Channel. Sehr nice. Mir kommen die Tränen, Max. Alter. Das ist so geil. Fünf mal die vier. Drei, vier, vier, drei. Vier, vier, sechs, fünf. Vier, 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 vier. Drei, vier, drei, zwei, eins. Ernsthaft jetzt? Ja. Wieso? Kann man sich auch ein Programm runterladen, dass es geht? Ich weiß gerade nicht, ob du Scheiße laberst. Dann hätte ich doch einen viel geileren Song gelernt, als einen diesen Scheiß-Song, wo ich mich dreimal verspiele. Mach noch einmal. Verspielt. Ja, aber ich glaub dir. Das hast du wirklich selber gemacht. Warum glaubst du mir jetzt? Warum glaubst du mir? Ich darf mich dreimal verspielen. Okay. Ähm. Was ist meine Aufgabe? Ich will richtig krass fürs Team sein. Ich hole Holz. Ich krieg 20 Holz pro Hit. Ey, pass mal auf, wo du den Baum hinwirfst, Mensch. Du hast mich gehauen. Ich blute. Hey, Leute. Ich blute. Ey, ich hab ganz viel Loot für uns. Wollen wir den uns mal angucken? Wo soll ich den hin tun? Ja, gut, ja. Oh, ne Axt jetzt. Bitte. Max, hör auf zu werfen, dann verschwindet alles. Ja, nicht auf dem Boden, nicht auf dem Boden, nicht auf dem Boden. Ich hab's doch gesagt. Sebo hat alles aufgesammelt. Sebo, hast du's aufgesammelt? Ich hab's gesehen, dass Sebo... Sebo sagt, dass du's aufgesammelt hast. Bitte. Sebo, hast du aufgesammelt, ne? Ich hab's aufgesammelt. Sehr gut. Das ist unsere Basis für vier Leute. Na ja, geht ja. Sind ja immerhin sechs Quadratmeter. Romatra ist ja der Base-Bilder. Der baut jetzt gleich wieder ein richtiges Schloss. Ja, ja, ich baue jetzt ein Schloss. Ich hab alle Pilze aufgegessen, die wir hatten. Hm, das war unser Essen für vier. Ich hab alles aufgegessen. Ich hab einen Wurm. Ich hab einen Wurm. Der ist geil. Der ist geil. Isst den. Der gibt ein Essen und du musst kotzen. Ich esse den. Ich baue jetzt eine neue Base. Lass mich alle in Ruhe. Hab mich übergeben. Neue Base. Lass mal hier oben auf den Berg bauen. Warum bauen wir die im Lowground? Ja, weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Sebo, der Dumme. Sebo, Mann. Du reißt die jetzt mal zusammen. Ja, das sieht doch schon mal mehr Base aus. Ey, aber wo kann ich meinen Ofen hinbauen? Hier einfach so ein 2x2. Wo kommt der Ofen hin? Ich baue ihn am besten irgendwie hier vielleicht hin. Super, das machen wir klar. Ey, wir sind ein gutes Team, oder nicht? Brennt die Hütte nicht, wenn da hier das Feuer ist? Ne, ne? Ne, ne. Das ist nur in anderen Games so. Okay. Lecker. Was ist das für super Fleisch? Oh, Wolfsfleisch. Darf ich da auch mal reinknabbern? Ähm, ja. Klar. Danke, Mann. Brauchst du Wasser? Ich würde Wasser nehmen, ja. Haben wir Wasser? Ja, hier. Zack. Wasser-Typ bei uns. Okay, hast du genug Holz, Romatra? Wie bitte? Nein, habe ich nicht. Hast du genug Holz, Romatra? Nein, nein, habe ich nicht. Ich habe ganz viel zu wenig Holz. Was ist, Reapers? Ja, du bist einfach ein geiler Typ, Alter. Ich mag dich. Das habe ich gelernt. Warum ist das alles Stroh? Warum liegt denn hier Stroh? Warum trägst du eine Maske? Trag ich eine Maske? Nee. Ich habe 60 Scraps, ohne jetzt pushen zu wollen, ne? Können wir doch alle einmal kurz Holz farben? Jeder einmal kurz ein bisschen Holz farben, nur? Ja, jeder einmal Holz farben. Geht los. Unsere Base Decade. Unsere Base Decade. Nein. Ah, doch. Wir brauchen Wurz. Wieso ist Karl jetzt gestorben? Ist er gestorben? Von wem ist er gestorben? Er ist gestorben. Von dem Schwein? Einem Wildschwein? Oh, Mann. Und ich sage noch, stirb ich von einem Wildschwein. Verbau das Holz, Alter. Jeder ist jetzt für seinen Schlafsack verantwortlich. Und Reapers macht mein. 1.600 Holz sind drinne. Du musst den selbst platzieren und benennen. Ich möchte hier schlafen. Nein, nein, nicht da rein. Nicht da rein, nicht da rein. Nein, 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 nein. Wo ist denn unser Schlafplatz? Wir haben nur die vier gerade hier. Dann haue ich mich hier hin. Warte mal, ich haue mich hier hin. Das Wichtigste ist, dass wir als Team stark werden. Ich habe schon 60 Scrap. Ich tue das bei uns rein. Muss hardcore appreciate werden, sonst behalte ich es. Platzier mal jemand in Kisten. Ich muss ein paar Sachen rauswerfen. Okay, ich habe keine Pops bekommen. Ich behalte die 60 Scrap. Warte, warte, warte. Machen wir das Lagerfeuer woanders hin, bitte. Wer stellt denn das Lagerfeuer, was wirklich in irgendeine kleine Scheißecke kann? Ich raste aus. Seh, boh, was. Ich kann es nicht aufheben. Lebe es auf. Dann macht es kaputt. Dann wird jetzt kollektiv das Lagerfeuer kaputt geschlagen. Sehr gut. Okay, jetzt. Guck mal bitte, was ich alles in die Kiste gelegt habe. Romatra einmal in die Kiste gucken. Die Kiste? Yo. Wo ist mein Schlafsack? Hallo, hallo. Ja. Solarzelle. Ja, gut. Merken und weiter. Solarzelle ist unstrackt. Okay, Reapers. Okay, gehen wir los, Max. Nee, warte kurz, warte kurz. In echt aufs Klo oder im Spiel? In echt aufs Klo und dann gehen wir los. Ich carry das Ding hier gerade. Karl, ich bin sauer auf dich. Tschüss. Warum denn? Weil du gestorben bist. Ey, lass das Wildschwein töten. Ich brauche Wildschweinfleisch. Nur Wildschweinfleisch. Kann mich jetzt noch zufrieden stimmen. Reicht uns das an, wenn wir es töten? Alter. Warte, lass mich das. Lass mich das. Warte, 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 Max. Immer nur mit einem Holzdinger. Das ist geil. Super gemacht. Das ist richtig OP, dieses Knochenmesser. Geil. Kannst du mir auch eins herstellen? Ich mach dir auch eins, Max, ne? Ja. Damit musst du immer Tier und Menschen abfahren. Der Digga, der hat mir acht Fleisch gegeben, Rose. Ja, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Wie OP. Einfach nur so ein Schwein. Ja, deswegen. Wir müssen jedes Schwein töten, was wir finden. Hier kommt ein Wildschwein, wenn ich das richtig sehe. Wildschweinangriff. Es hat mich angegriffen. Zur Seite. Zack. Was hast du mit dem gemacht? Warte, warte, warte. Immer nur mit dem Bonedinger. Hier, ich gebe dir eins. Der Hals. Ich muss hier einmal scrappen. Ich scrappe alles, weil wir wirklich im Early-Game wirklich nur... Verstehst du? Ja. Ich mag immer Leute, die das nicht so verstehen. Hast du alles mitgenommen? Ja. Hier ist nichts mehr zu looten. Wo gehen wir hin? Wir müssen dann auch zurückgehen irgendwann. Ah, ich hab mich am Zaun geschnitten. Ich blute, Reapers. Du wirst von einem Schwein angegriffen. Ich hab mich am Zaun verletzt. Ich werd angegriffen. Der schießt auf mich mit dem Bogen. Hallo? Hallo? Hast du das Rhymex? Ey, chill, 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 chill. Chill, aber schießt auf mich. Willst du mich verarschen? Sind wir im Kamm? Was passiert hier? Ich kann nichts sehen. Scheiße, das ist Wildschwein. Ich bin One-Shot. Hilfe! Scheiße. Ich hab mich zuerst am Zaun verletzt. Dann bin ich vom Wildschwein gestorben. Hallo? Ich bin gestorben. Hallo? Ich hab mich an einem Maschendrahtzaun verletzt und dann bin ich an einem Wildschwein gestorben. Aber wir wurden auch von Spielern angegriffen. Ah, ja. Von welchen Spielern? Ah, verstehe. Keine Namen gesehen. Reapers ist an ihn dran. Bögen hatten die. Wir gehen da hin und nur schützen ihn, oder? Ja, wir gehen da feiten, oder? Ja, schnell. Ich bring euch da hin. Kommt mit. Wolfsrudel kommt direkt auf mich zu. Wolfsrudel. Hilfe, Hilfe. Hilf mir doch mal. Hallo, Romatra. Wie spielst du? Du läufst in die falsche Richtung, Digga. Zwei Wölfe. Ja, die Wölfe wollen nix. Ich bin jetzt diese Straße entlang und sammeln ganz viel Zeug, okay? Hier gibt es nichts. Leute, ich hab sechs HP, man. Hört mal auf, ey. Ein HP. Verbinde mich, verbinde mich. Du bist in den... Ich kann dich nicht verbinden. Ich liebe. Ein HP. Ich bin safe, ich bin safe. Mein Pferd. Shotgun. Ich sitz vorn. Lauf nicht noch mal in den Kaktus rein, bitte. Ich hab Shotgun gecalled. Ey, wieso hast du das von den Kaktus reinlaufen? Oh, hallo, hallo. Na, was sagt ihr jetzt? Ah, komm, ey. Du bist krass. Ein HP und ein Pferd. All calculated. Hey, Reepass, was ist passiert? Moin. Ich hab ein HP. Hast du, äh, Verbände? Ich hab ein HP. Ich hab for real, ein HP. Ein HP. Nein, eine hab ich nicht, aber Essen kann ich dir geben. Wie kann ich mir mehr HP machen? Soll ich mich jetzt in die Base umbringen, absichtlich? Hier, iss das und dann geht's dir besser. Oder bring dich um, hä? Wenn du nix hast, dann scheiß drauf. Sag, wie das geht. Und tule deinen Hack. Geh in die Base, bring dich um und weiter. Buxen. Topspeed 43 kmh? Ist das nicht scheiße? Wie schnell ist das Pferd? 43 kmh, ne? Das ist gut. Gut, wahrscheinlich. Normale Pferdegeschwindigkeit. Im Plan. Im Plan. Das ist es. Ich erinnere mich. Max, was machst du da? Du kannst escape. Die Tür ist abgeschlossen. Mann, sag mir doch mal jemand den Code. Das war, glaube ich, dein Dreijähriger. Wie ist denn der Code, Mann? Ich komm seit einer halben Stunde nicht rein. Mann, der steht im Discord, du Loser. Im Loser. Du bist ein Loser. Sag ihn mir ganz leise. Hey, wir sind Loser. Wir sind for real das Loser-Team. Wir sind so ein Loser-Team. Martin, du hast mir versprochen, dass unser Team okay wird. 8, 8, 5, 5. Karl, kannst du mir einfach mit deinem Stein ganz leicht abwerfen? Hab ich dein Leben jetzt? War es wert? Kannst du mir mit deinem Stein den Kopf einschlagen, bitte? Ich bin gestorben dafür, Ruth. Ganz leicht. Wo ist der? Da wird gemacht. Hier kommt ein Helikopter. Ist das Marco? Hallo? Marco? Ja. Alter, wie geil. Die sind echt stark. Ja, frag mal, ob du den fliegen darfst. Nein. Ja, frag mal, ob du den fliegen darfst. Das hat letztes Mal schon so gut funktioniert. Ja, frag mal, frag mal. Guck mal, die fliegen immer so einfach, den zu fliegen. Die fliegen immer so geil. Drei Spieler vor uns. Drei Spieler vor uns. Alarm. Ich weiß. Und die looten alles. Rein, rein ins Haus. Rein ins Haus. Rein ins Haus. Die kommen, die kommen, die schießen auf mich. Die töten alles. Wir würden uns wünschen, dass ihr diese Umgebung vernachst. Nee, nee, nee. Fühlt mir geil. Wir haben Sniper. Nee, wir können sie schlechter zu zwingen zu gehen. Achso, ja. Wir haben Sniper. Die schießen euch ab. Die schießen Pfeile auf mich. Hilfe. Tschüss. Die kommen wieder. Hilfe. Ja. Was denn? Aua, was soll denn das? Sie waren hier nur da. Aua. 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 Ich check den Bogen nicht vom Aim. Wo ist der dritte? Die hat noch einen dritten. Wo ist der? Der hat getroffen. Ich weiß es nicht. Ist der tot? Ist der tot? Oh, hat der viel Zeug gehabt. Oh, der greift uns an. Wir werden noch attackt, oder? Wir werden attackt, Richtung NW. Die Buster links sind Pfeile. Äh, Männer mit Pfeilen. Bin leer geschossen. Rauch Munition. Liegt hier noch was? Wir haben die so gelootet, ja? Die schießen auf uns vom Felsen. Pfeil. Ja, die schießen auf uns. Die schießen immer noch. Pfeilharde. Wir raffen uns erst mal. Wir raffen uns erst mal. Ja, schnell. Nicht zurückschießen. Soll ich den Tech Tree einfach auf Waffen durchkaufen bis zum Gehtnichtmehr? Und dann bin ich der Waffenmeister? Oder will das jemand anderes machen? Ja. Nee, du kannst ja Waffenmeister sein. Bin ich dafür. Ich bin müde, Alter. Max, hast du es bald, Alter. Guck mal. Können wir Max töten? Wer ist denn hier so der Captain, wo wir beschließen, wer was wie gebaut wird? Wegen Bauen? Nee, was wir erforschen. Was für gutes Equipment ist. Was für Kosten gut ist. Wer, wie viele Rohstoffe wir haben und was wir damit maximal geiles machen können. Smart spielen einfach. Wer ist der? Der Übersicht hat das alles. Wir haben die Kunden im Team. Wir nicht. Wollen wir morgen einfach Marco zu uns ins Team holen? Und der erklärt uns das dann. Ja. Ja, der ist mit dem Heli angekommen, als wir mit Holzachs abgefarmt haben. Ja, ja. Gut, dann bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.